Ein herzliches Bonjour und guten Morgen nach Berlin. Henning Krummrei von der Wirtschaftswoche. Grüß Sie. Schönen guten Morgen, Herr Kulle. Wir dürfen dem Zuschauer, glaube ich, mal verraten, dass wir gestern mal telefoniert haben. Und da waren Sie noch ganz aufgeregt, weil Sie nämlich Ballonpate waren. Also einen dieser Ballons, die die Mauer markiert haben, steigen lassen durften. Wie war es denn? Ach, es war schon eine schöne Sache. Ich muss zugeben, es war jetzt auch schön, das noch mal jetzt am nächsten Morgen zu sehen. Denn von der Zeremonie konnten wir nichts mitkriegen, weil wir am Checkpoint Charlie eingeteilt waren. Aber es war eine sehr schöne Stimmung. Einmal unter denen, die diese Ballone da zu betreuen hatten. Aber auch mit den Passanten, mit den Schaulustigen. Und es war schon ordentlich voll. Ja, am Checkpoint Charlie waren ja wohl sehr, sehr viele. Und jetzt erzählen Sie noch ganz kurz bitte, hat es geklappt? Ist er gestiegen? Hat funktioniert. Es gab ein paar Plätze weiter, der brauchte ein bisschen länger. Und da gab es dann noch mal einen großen Extraapplaus für denjenigen, der das dann doch noch geschafft hatte. Das war genau an der Ecke vom Springerhaus. War ganz lustig. Teilen Sie uns auch noch Ihre Gedanken mit, bitte. Ja, jeder sollte ja auf dieses kleine Kärtchen etwas draufschreiben. Bei mir stand drauf, Dank und Anerkennung für die, die diese friedliche Revolution möglich gemacht haben. Und auch der Zweifel, ob wir Wessis wohl auch so mutig gewesen wären. Es ist ja nicht ein Volk von Widerstandskämpfern, was wir hier haben. Und das gilt für mich persönlich auch. Wer weiß, ob man sich das alles getraut hätte. Echt? Haben Sie da Zweifel? Sie nicht. Gut. Ja, gut, dass ich hier die Fragen stelle. Nein, ich weiß es nicht. Nein, ich bin immer vorsichtig. Hinterher sind immer alle Widerstandskämpfer gewesen. Es sind, glaube ich, doch sehr viel weniger. Und vor allem die für die Ersten, die ersten 20, 30, 1000, da ist es schwierig. Wenn eine Million hinterher unterwegs ist, der Millionste, der hatte nicht mehr so viel Ängste zu überwinden. Aber die Ersten, die alleine beispielsweise in Leipzig in und dann hinterher vor der Nikolaikirche standen, das ist schon, ich glaube, den Mut hätten die meisten nicht. Sonst wäre es ja auch früher passiert. Den Punkt haben wir mal gesetzt. Den lassen wir mal so stehen. Und schauen mal auch auf die mahnenden Worte des Tages. Die kamen ja zum Beispiel vom ehemaligen Außenminister der USA, aber auch vom ehemaligen Präsidenten der Sowjetunion. Diese mahnenden Worte, fanden Sie die passend oder vielleicht doch so ein bisschen Salz in der Suppe? Oder zu viel Salz? Naja, bei aller Freude ist es ja nicht verkehrt, sich bewusst zu machen, dass auch die internationalen Beziehungen immer ein fragiles Gebäude sind. Und wer hätte vor einem oder anderthalb Jahren gedacht, dass das Verhältnis zu Russland eigentlich schlagartig plötzlich so schwierig werden würde? Wir haben doch alle gedacht, die Zeiten des Kalten Krieges sind endgültig überwunden. Und insofern ist die Mahnung von Gorbatschow, dass ein Kalter Krieg auch wieder eintreten könnte, ja nicht verkehrt. Wir sind vielleicht noch nicht in einem Kalten Krieg, aber dass das Klima deutlich kühler und rauer geworden ist, kann ja niemand bestreiten. Also bei aller Freude über den Jahrestag des Mauerfalls ist da ein bisschen Realismus und Skepsis, finde ich, völlig richtig. Es gab ja noch ein paar mehr Stimmen, aber die liegen schon ein paar Tage zurück. Nehmen wir mal den Bundespräsidenten und nehmen wir mal Herrn Biermann. Die haben auch ordentlich Salz in die Suppe gekippt, dass die Suppe vielleicht für manche nicht mehr ganz so schmackhaft ist. Ja gut, da ging es ja in der Tat um die Linkspartei und die Frage, wie weit sich die Linkspartei letztlich vom Erbe der SED und der DDR-Diktatur entfernt hat. Nun muss man einerseits sagen, dass ja beide, sowohl Gauck als auch Biermann, aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen mit der Diktatur da besonders empfindlich sind. Trotzdem ist der Hinweis ja nicht verkehrt. Und wenn man sich anschaut, wie bei der Koalitionsbildung in Thüringen die Linkspartei versucht hat, um dieses Wort Unrechtsstaat herumzudribbeln, diese schwurbeligen Erklärungen, die man verfasst hat, wo es dann am Schluss heißt, war die DDR in der Konsequenz ein Unrechtsstaat? Das zeigt ja alles nur, man möchte es eben nicht klar sagen, was jeder weiß, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. Es genügt eigentlich dieser eine Satz und Punkt. Das kommt mir manchmal so ein bisschen vor, als wenn ein Altnazi sagt, na ja, aber bei Hitler waren auch die Autobahnen nicht schlecht. Das ändert, es gab sicherlich auch ein paar schöne Dinge in der DDR und dass viele Menschen dort ein ganz vernünftiges, glückliches Leben führen könnten, keine Frage. Es ändert nichts daran. Es war ein Unrechtsstaat. Und ich glaube, die Linkspartei wäre gut beraten, wenn sie das einfach mal feststellt. Herr Bartsch hat sehr, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, sehr geschickt heute noch mal gesagt, es ist ja nur ein Prozent der ehemaligen SED-Mitglieder noch in der Linkspartei. Das klingt wenig, aber wenn ich es jetzt grob richtig überschlagen habe, sind es immerhin 15 Prozent der Linkspartei-Mitglieder, die früher in der SED waren, weil die SED eben früher so sehr viel mehr Mitglieder hatte. Von daher hat die Linkspartei immer noch dieses Problem, weil natürlich auch ein großer Teil ihrer Wählerklientel mit der DDR letztlich nicht abgeschlossen hat. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, nun 25 Jahre, nachdem das Ganze zu Ende ist, dieser Spuk des Unrechtsstaates und dieser SED. Da sollte man vielleicht auch einfach dieses Wahlergebnis in Thüringen anerkennen und der Nachfolgepartei der SED zutrauen, dort die Regierung zu stellen. Glauben Sie, dass sie schon so weit sind? Also, die Linkspartei hat ja schon in den ostdeutschen Bundesländern mitregiert, nicht nur in Berlin, auch in anderen. Brandenburg ist es ja auch der Fall. Das ist, finde ich, nicht unbedingt ein Widerspruch. Natürlich ist dieses Wahlergebnis zu respektieren. Und wenn, muss man, glaube ich, zum Beispiel mehr die Frage nicht an die SPD stellen, was im Moment viele tun, sondern beispielsweise in Thüringen an Bündnis 90, Schrägstrich die Grünen, eine Partei, die aus der Bürgerrechtsbewegung kommt und nun 25 Jahre später die Linkspartei an die Macht bringt. Da finde ich, das würde mir, wenn ich Bürgerrechtler wäre, wahrscheinlich etwas schwerer fallen. Wobei das Problem der SPD ja ist, und das war ja auch die große Sorge des SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel, dass Herr Ramelow als Ministerpräsident ja nun kein Kommunist ist. Er hat auch keine SED-Vergangenheit. Er kommt ja aus dem Westen. Und bei Gabriel ist die große Sorge, parteitaktisch gesehen, dass Herr Ramelow vorführen wird. Siehst du, einer von der Linkspartei kann als Ministerpräsident ganz ordentlich regieren? Vor dem muss man keine Angst haben. Warum soll man dann noch SPD wählen? Ja, lassen wir das an dieser Stelle mal so stehen. Und ich danke deshalb auch herzlich, Henning Krummrei nach Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank.